Fussfahrt, das Fachmagazin für Technik und Touristik in Europa. Bitte einsteigen! Das schmeckt ja köstlich. Welches Highlight habt ihr denn mit zur RDA 2022 gebracht? Wir haben die würzigsten Genusserlebnisse der Ostschweiz mitgebracht an die RDA. Wir dürfen es erfreulicherweise sagen, wir haben profitiert die letzten zwei Jahre während der Corona-Pandemie. Wir haben viele Schweizer, die die Schweiz wieder entdeckt haben. Das Schokolarium von Maestrani. Wir feiern übrigens 170-jähriges Bestehen dieses Jahr.